Ja, ich habe gerade eine Flasche aufgemacht. Ihr wollt doch sicher zum Chinesen und nicht zum Italiener. Lass uns zum Chinesen gehen. Prost. Prost. Und bevor wir essen gehen, wollten wir euch noch was sagen. Also, möchtest du? Sag du sie. Also, Jürgen und ich, wir werden uns trennen. Wir haben nicht lange gesprochen, das ist besser für uns beide. Das ist so wundschärf, oder? Wir sind uns einig. Gib mir ein schönes Tempo. 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 Das neue deutsche Mnatzmagazin. Hass und Liebe. Stimmung und Krang. Angst und Lust. I love Tempo. Po-po-po-po.